ATP-Herausforderer Lille Rodionov wird von Virtanen gestoppt. Jure Rodionov ist beim ATP-Challenger-Turnier in Lille im Halbfinale ausgeschieden. Der Linkshänder verlor mit 36 und 16 gegen Otto Virtanen. Von Tennisnet zuletzt bearbeitet 1.04.2023 1.702 jetzt tippen. Gepaar Pictures Jure Rodionov spielt nächste Woche in Estoril. Irgendwann war der Tank von Jure Rodionov einfach leer, nachdem der österreichische Davis-Cup-Spieler vergangene Woche das ATP-Challenger-Turnier in Biel gewonnen hatte, schaffte es Rodionov auch in Lille ins Halbfinale. Gegen den Finnen Otto Virtanen war beim 36 und 16 nichts zu holen. Zeit zum Regenerieren bleibt Jure Rodionov allerdings nicht, denn auch er ist im Tableau des ETP-Tour 250 Turniers in Estoril vertreten. Dort startet er gegen den Spanier Albert Ramos Vinolas. Durch die Erfolge der letzten Wochen hat sich Rodionov in der ATP-Weltrangliste in die Top 100 vorgearbeitet. Im Live-Ranking liegt er auf Platz 119, nur wenige Plätze hinter Dominic Thiem.